Fasten Fasten, wann kriegst du das auf den Kasten? Es gibt jetzt weniger, doch weniger ist mehr. Yeah! Beten, nicht nur in größten Nöten. Einfach reden mit Gott, er macht dein Leben flot. Spenden, den Konsum wahren beenden. Die Armen kriegen mehr, und du freust dich endlich sehr. Fasten, beten, spenden, total beknackt, oder was? Wie wird das Ganze enden? Schließlich macht es sogar Spaß. Hey! Fasten, beten, spenden, total beknackt, oder was? Wie wird das Ganze enden? Schließlich macht es sogar Spaß. Fasten, beten, spenden, total beknackt, oder was? Wie wird das Ganze enden? Schließlich macht es sogar Spaß. Das war's.